Jedes Jahr erscheinen neue Sterne am Himmel der Open-Source-Szene. Die OSPAR-Preisträger. Der OSPAR ist der Oscar der Open-Source-Szene und wird jährlich von der Open-Source-Business-Alliance verliehen. Wegweisende Projekte, aufregende Start-ups, innovative Ideen. Wir wollen euch kennenlernen. Verschiedene Projekte werden eingereicht und werden von einer hochkarätigen Jury nach gewissen Kriterien, Innovation, Reifegrad und Ähnlichem bewertet. Und dann prämiert. Gehört auch dein Open-Source-Projekt auf die Bühne? Dann bewirb dich jetzt auf ospa.it. Einsendeschluss, 31. Oktober 2018.